wow so viel glück muss man erst mal haben ne holy moly wenn du darauf zielst heißt das nichts gutes lass die knarre liegen wow wow so viel glück muss man erst mal haben ne holy moly was geht denn jetzt ab warum springst da ist gar nichts passiert gar nichts warum springst du nicht ab schätzelein geht doch immer diese extrawürste kann das eigentlich kaputt schießen nein ist voll kugelresistent es ist offen warum was hat mir was bringt mir der den kapiere ich nicht warum dass der da in der mitte ist ich hätte eigentlich vor da rüber sollen und dann zu dem okay wir haben das anders geschafft weil wir super sind wir sind mega auf und täten geilo alter gehen wir nicht auf unser enkel okay das ist jetzt offen ja das war das aber da sind wieder blasohre das kennen wir ja schon oh da ist nur eins ich brauche mal health wow wie laut also der sound der ist teilweise echt wird gemischt da ist gemischt oh 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 when's du drauf zielst heißt das Nichts gut ist Speichern Aber das ist doch genau das Teil, was die alte wollten von uns Oh Von wo ist das runtergefallen? Was bist denn eigentlich du für einen Klaus? Guckt uns das Teil an? Oh, da war uns Ah Okay Mami, ich habe Angst Okay Haben wir Falkeln? Das gab es früher, oder? Ah Und so eine Schrubbfnitte Aber nicht viel Schuss Sechs große Haare Ja geil Ist da was? Was? Ne Und nun? Ah Wieso denn nicht Ach, das ist jetzt dieses Teil, ne? Oh 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 Okay Kein oh oh Was passieren hier für Sachen? Da ist die Kugel Warum ist die Tür wieder zu Warum ist die Tür wieder zu? Oh Das ist jetzt auch zu? Oh 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 Dino ist begraben worden Der geht auch nicht mehr auf Hä? Was Was wollt ihr von mir? Wissen Wissen Nichts Oh Ich äh Ich glaube es ist nicht Hätte ich die Kugel nicht auslösen dürfen? Ich kann ja auch nicht sagen Ich kann ja auch nicht sagen Oh 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 Gott Tja, jetzt haben sie meine volle Aufmerksamkeit Mann Ja wie sie du Hallo Wart's ab Wenn ich dich in die Finger kriege Natürlich Du und das dämliche Stück vom Skion Wenn du's unbedingt behalten willst Stopfe ich's dir in deinen verdammten Moment Sprechen wir gerade über das Artefakt? Darauf kannst du Gift nehmen Moment Tut mir leid Sie sagt ein Stück Wo ist dann der Rest? Miss Nadler hat Pierre Dupont darauf angesetzt Und wo sucht er danach? Ha Den erwisst du nie Sie meinen also das Geräte hier hält nicht nur auf? Äh Keine Ahnung wo seine krummen Danovenweine ihn hingebracht haben Da muss ich... Die Übersetzung ne? Die Synchronsprecher Voll geil Lass die Knarre liegen Boah Danke Das werd ich tun Jawoll Voll ein in die Schnauze Null Geheimnisse gefunden Wow Oh oh Was machst du? Man hätt ja den anders auch benutzen können ne? Das ist kein Einweg aufzuplagern bail Musik Hier im Prachtbau des Heiligen Franziskus quälen mich neue Versuchungen Meine Brüder-Munkel ist ein Teil der Körper des Theokardengraben einer der drei mythischen Herrscher des verlorenen Erdteils Atlantis und das ein Stück des Erdteils Atlantis bei ihm liegt Da wollen wir hin Ein Anhänger der zwischen den drei Herrschern des untergegangenen Erdteils Atlantis aufgeteilt wurde um seine unermesslichen Kräfte in Zaum zu halten Kräfte jenseits derer des Allmächtigen des Schöpfers Mir wird schwindelig von solchen Möglichkeiten, die so dicht an meinem sterblichen Selbst liegen Jede Nacht geißle ich mich um mir die Vorstellung auszutreiben Aber es ist wahrlich eine schwere Prüfung Pierre, du Umweltverschmutzer Ah, die Synchrone Pierre, du Umweltverschmutzer Ich glaub, die Englisch ist da echt besser Oh no Oh, der ist nur einer Ich nehm mich ja noch Ui, 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 ui Ah, okay Den kann ich schieben Wo war die Tür? Ich sollte mich vielleicht erst mal umsehen Wie viel Schrottmoney haben wir jetzt? Zwei Schuss Weil Hande, blöd Mann so verbraucht hat Was tun wir Nopfe? Nopfe! Zwei Osten! Geiler! Wie viel hält die aus? Machen wir mal wieder auf den Loks Gibt's da oben was? Ja Es ist noch einer Tot? Tot Sehr gut Wie ist ein guter Offe Was hat das jetzt alles aufgemacht? Einmal diese Tür Was hat das jetzt alles aufgemacht? Wo ist er hin? Feigling Hau so ein von oben Nein Nein Es geht noch Gutes Stück Okay, bleibt es offen Komme ich davor? Glaube nicht, oder? Nein Eimer geht noch vor Nein Nein Hier Genau Und dann Einmal War ich an? War ich an? Dann mit Anlauf Soll ich da nicht hochkommen? Das geht ja nicht Von da geht es aber auch nicht Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020